Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von 2K21 PGA Tour. Wolf, äh, falschrum ausgesagt, Entschuldigung. Gut, aber egal, es sind über 20 Folgen mittlerweile, glaube ich, und wir haben es immer noch nicht hingekriegt. Und ja, wir haben ordentlich Seitenwind hier. Ich gehe mal bis dahin, damit wir dann eben, äh, dann wieder auf dem Fairway landen mit unserem wunderschönen Schläger hier. Der Schlag war natürlich wieder eine richtig schöne Augenweide. Viel gerader konnte man den Ball kaum treffen und ja, gut, da haben wir wieder unsere fast 300 Yards geschafft. Wir haben ja neue Schläger gekauft vor zwei Folgen und die probieren wir jetzt noch aus. Äh, und ich bin sehr, sehr, sehr mutig unterwegs immer mit meinen Schlägen, äh, was dazu führt, dass wir nicht führen. Ich habe dadurch durchaus den ein oder anderen Bogey mir eingehandelt, den ich vielleicht gar nicht gebraucht hätte oder nicht gewollt habe, aber man kann es sich manchmal nicht aussuchen, manchmal ist es halt einfach so. Gut, das zum Stand der Dinge, aber wir sind ganz gut unterwegs, also wir führen, äh, liegen bloß zwei Schläge zurück, äh, hinter dem führenden und, ja, haben jetzt hier einen Pitch mit dem Lob Wedge sozusagen, äh, auszuführen. Und, ja, weil wir ganz schön viel Seitenwind haben, gehen wir ziemlich weit da rüber, damit dieser Pitch quasi vom Wind rüber getrieben wird. Und, ja, da habe ich wieder zu viel an Wind gedacht. Hätte ich den mal nicht so weit rüber gezogen. Ah, Entschuldigung. Naja, gut, hätte ja, hätte ja sein können. Na gut, da war ich jetzt eben gerade wieder vorgeschädigt von den ganzen Eisen. Wenn ich mit dem Eisenschlag über weite Entfernung mache, dann ist der Pitch immer so hoch, dass dieser Wind so richtig angreift. Da habe ich jetzt die Länge nicht gut, oh, abgepasst. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der denn direkt passen würde. Und, ähm, ja. So, wir sind jetzt zu 6 Under und das müsste der Zweite sein, genau. Webb Simpson ist noch vor uns mit 7 unter, auch am 13. Loch unterwegs. Also, da sind wir so ein bisschen im Gleichschritt unterwegs, aber, boah, das werden wir ja eben, das werden wir noch hinkriegen. Da denke ich mir mal so, jetzt gehen wir mal mit dem 8er, aber ein Stück über die Fahne, 3 Yards. 6er, genau. Und ein bisschen nach da. Dann gucken wir doch mal, wo wir da hinkommen. Bisschen verrissen haben wir ihn auch noch, aber... Der dürfte jetzt weit vor der Fahne runterkommen und mit dem Normal-Schlag vielleicht noch ein bisschen kullern. Hätten noch mehr drüber gehen können. Wie gesagt, das ist mit dem Windspielen, das habe ich noch nicht 100 pro drauf, aber... 25 Feet, 29 Fuß, sagt er, soll ich schlagen. Es sieht eigentlich sehr gerade aus, ne? Aber, nee, ja, täuscht, täuscht, täuscht. Es ist halt kontinuierlich... So, mit großer... Also, es geht immer nach und nach runter und jetzt aber, der sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut aus. So, oh, da kriegen wir sogar eine Wiederholung von, die wir speichern können. Oh, es war ja natürlich auch schon ein gut mehr als 20 Fuß Putt. Immer 20 Fuß. Ja, sowas kann man sich schon mal in die Galerie hängen, würde ich sagen. So, oh, da ist jemand... mehr Kutsche an der 15. Bruderschlag. Oh, what a wonderful Bunkershot. Ja, das ist immer so eine Sache, die möchte ich nicht so gerne hören, weil wenn ich das nämlich höre, dann bin ich nämlich auch im Bunker gewesen und da will ich eigentlich nicht rein. So, wir sind am 15. noch, haben ein paar, vier vor uns. Äh, könnten aber auch mit einem richtig langen Drive, wenn wir dazu Mut haben, quasi bis dahinten hinspielen. Das Problem ist, wir haben A Seiten und B Gegenwind. Ähm, der wird hier runterkommen, wenn ich da bis dahin schlage, nehme ich mal an. Ja, komm, dann legen wir mal an vor. Geht nicht anders. Müssen wir, müssen wir vorlegen. Legen wir uns da hin. Ja. Er wird gut liegen und wir können von da aus dann den nächsten Schlag ganz gut... Oh, 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 oh. Gibt sogar ein bisschen zu rough. Ah, ja, egal. Nicht weiter schlimm. Nicht weiter schlimm. Ein Pitch mit einem Lobbridge. Äh, da gehen wir mal ein bisschen drüber, um dann ein bisschen noch nach da zu gehen. So ist er nicht allzu weit, da kann der Wind nicht ganz so viel machen, hoffe ich doch. Oh. Puh. Aber gut. Hier hätten wir sogar kürzer machen können. So, das sieht auch schon wieder ein bisschen rough aus hier. Aber, ja, ja, ja. Oh, noch gute Schätzung, gute Schätzung. Ein bisschen weiter noch. So, dann könnte das jetzt hier klappen. Sehr schön. Wir führen. Wir haben die Führung übernommen. So, wir sind jetzt mit einem Fünferholz unterwegs. Äh, äh, carry 230 plus 13 ungefähr. Aber wir haben auch ordentlich Seitenwind. So. Bisschen verrissen auch noch. Looks like a bunkerish. Nein. Uh. Das hätte fast klappen können. Wohin an Loch 17. Jemand wieder im Bunker unterwegs. Jimmy. Four Eagle steht dort unten. So, und. Ah. Der hat schon reingeguckt. Der hat schon ins Loch geguckt. Hat den Abgrund schon gesehen. Und dann ist er wieder hochgekommen. Er ist wieder hochgekommen. Das ist natürlich sehr, 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 sehr schade. Wir nehmen mal hier nochmal einen Schläger mehr. So, gehen dann da so hin. Gucken wir mal. Ah, wieder zu weit rüber gegangen. Verdammt. Das hätte nicht sein müssen. Na gut. So, aber das sollten wir jetzt hinkriegen. Dann müssen wir ein bisschen noch rüber. So. Und dann jetzt hin. Zack. Ah. Den hätten wir reinschippen können. Der war eigentlich. Wir hätten Schläger weniger. Und nicht so weit rüber. Wieder zu übermütig. Wieder zu übermütig. Aber gut, okay. Wir haben noch zwei Löcher zu spielen in dieser Runde. Und hoffen, dass morgen ein bisschen weniger Wind ist. Das wäre richtig cool. Weil dann könnten wir vielleicht eventuell so ein paar Sachen umschiffen, die wir bis jetzt falsch gemacht haben. Oh, das war aber sehr, sehr knapp. Ah, das war knapp. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, und hier müssen wir auf jeden Fall das Fünberholz nehmen. Und dann gehen wir hier direkt auf die Fahne drauf. Ein bisschen links gehe ich hin. Äh, rechts. So, und der sollte jetzt theoretisch vor der Fahne runterkommen und dann da hinkullern. Ich glaube, kein schlechter Schlag. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein paar Fünf ist. Oder ein paar Vier. Wenn das ist ein ziemlich langes Aus. Ein ziemlich langes paar Vier, okay. Aber dafür haben wir das ja ganz gut hingekriegt hier. Also das ist ein... Das ist A, machbar. Und B ist das hier... Oh, ja. Und so weit. Ähm... Ach, das war zu wenig. Das war zu wenig. Okay, na gut. Haben wir es für Paar reingehauen. Na. Minus acht. Und wir sind geteilter erster mit Webb Simpson. Also mit dem haben wir jetzt sozusagen den Streit um die Tagesführung. Ist voll im Gange. Und das wollen wir natürlich nicht. Damit, dass wir dort die teilen müssen. Eigentlich würde ich sie ganz gerne alleine haben. Aber Loch 18 ist noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob es von ihm schon gespielt war. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Und jetzt haben wir nochmal 300 Yards bis zum Pin. Das ist natürlich nochmal ehle nicht weit. Äh, ein schönes Paar Fünf ist das hier. Mit ordentlich Gegenwind. Was schon verrissen beim Schwung holen, aber okay. Es ist noch sehr viel Blau und Weiß. Hm, gar nicht mal so schlecht, ich denke. Ich würde ihn da gerne hinhaben. Er sollte jetzt vor der vorne liegen bleiben. Ja, sehr gut. Weil das Grün hier, guckt euch das an, das ist ja richtig fieselig. Da willst du gar nicht so weit weg vom Kapp liegen. So, dann haben wir nochmal ein Birdie zum Schluss reingelegt und sind damit neun Unterpaar unterwegs und gucken gleich mal, ob wir im Leaderboard an Platz 1 sind. Ohne Schlag damit zu erreichen, nochmal abgeschlossen. Ja, wir haben auch zwei Birdies, äh ne, zwei Bogies drin gehabt in der Runde. Und da sind gut unterwegs, aber könnte besser gehen, ne, muss man ehrlich sagen. Das könnte jetzt in der, ich glaube ich habe eine neue Rivalität, das könnte in der Rivalität natürlich noch ein paar Punkte uns wegnehmen. Und dann geht's jetzt weiter. Und ja, gucken wir doch mal, wie wir die nächsten sechs Löcher spielen hier. Die ersten sechs Löcher halt quasi nochmal um ein wenig was zu gucken. Und der Wind ist schon mal um zehn Meter weniger als gestern. So, haben wir ordentlich Schwung geholt. Zack, rein ins Ferry. Sehr gut. Die Fahnen stehen natürlich ein bisschen anders, ne, das ist klar, das kennen wir ja. Aber es ist noch ein recht guter Anfang erstmal. Und jetzt haben wir vier Meter Seitenwind. Haben einen normalen Schlag mit dem Fimperhybrid. Den pelzen wir da mal hin. Oh, den haben wir auch nicht verrissen, der könnte ein bisschen weit links gehen, aber nee, oh nee, oh nee, der kommt gut, der kommt gut, der kommt gut. Der kommt gut, der kommt gut, oh, gar nicht mal so schlecht gut, geht's mal drüber weg. Kennen wir aber schon alles. Kennen wir alles schon, können wir mehr Energie setzen? Oh, oh boy, sagt er, so. Probieren wir uns mal. Ah! Ja, knapp, 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 knapp. Aber, na gut, für ein paar können wir jetzt hier loslegen. Oh. Hey, die Witzker. Ganz schön der Pissbogen hier. So. Nein. Bogey. Bogey. Ja, well. Du hast oft zu machen, Bogeys zu machen. Luke, dieser Spieler ist nicht. Ich denke, dass es gibt Birdies, die kommen. Keine Ahnung. Das war kein, das war echt nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Das war wirklich, das war wirklich nicht gut. Ja, er kommt auch wieder zu weit. Oh Gott. Mann. Keine guten Schläge heute. Das ist das, irgendwie hat das nicht drin. Also das ist wirklich, sind so ein paar Dinge dabei, die... Sonst ist nicht passieren unbedingt. Na gut, aber immer ein paar. 15 XP extra gekriegt. Und wir sind ja noch immer Erster. Also das ist ja auch Bein auf hohem Niveau. Ähm. Ja, dann nehme ich den trotzdem hier. Dann pelzen wir den da ein paar runter. Und dann 2% Wucht. Sehr gut. Ganz schlechter Schlag. Da kommen wir schon mal näher dran hinten an das Ende. Aber noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Na gut. Uiuiuiuiui. Da zappelt er ganz schön mit dem Oberkörper. Aber der geht auch gut runter. Und so. Na? Nu? Gut. Dann muss man dem Ball auch gut zureden. So. Dann haben wir jetzt hier. Hingegen und so. Könnte gut gehen. Jetzt so weit rüber. Um auch zu rollen. Was ist denn mit ihm nicht richtig? Was? Was war denn da? An noch 12? Oh, wer ist da unterwegs? Matt Kutscher. Na? Ein Chip. Chip will er machen. Ist eigentlich fast egal hier. Alter, oh nee. Andere Seite vom Grün runter. Sieht aber eigentlich alles ganz friedlich aus. Ein bisschen nach da vielleicht. Ein bisschen mehr nach da. Ei, 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 ei. Oh, wen ist denn das Paar gesichert hier? Ui, 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 an einem Loch, wo wir eigentlich für den Igel gehen könnten fast. Aber wir haben wieder ein für die Galerie. Das war natürlich jetzt wieder ein megamäßiger Putt hier. Also es war ja über 40 Fuß. Oder? Nee, 36 Fuß. Aber 36 Fuß sind natürlich auch durchaus schon mal 12 Meter fast. Hui. So, the tea is yours, sagt er. Und wir haben 6 Meter Rückenwind. Das heißt, jetzt holzen wir ihn wieder drauf. Und verreißen ihn. Ei, 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 ei. Oh, knapp. Das war sehr, sehr knapp. So, dann gucken wir mal, ob es wirklich so viel Diff... Ah, der rollt zu weit. So viel Energie reingelegt. Das ist nicht das Ergebnis, du Rafter. Jetzt, nachher aus dem Rückenwind. Missing the Green war immer in den Karten. Oh. Bies. Fieses Ding, Alter. Oh. Schade. Sehr, 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 sehr. Schade, ey. Ui, 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 ui. Den hätten wir jetzt echt ein bisschen besser haben können, muss ich ehrlich sagen. Den hätten wir wirklich besser haben können Oh, aber er kommt über den Punkt gerade rüber Reicht von der Länge her So Ein schöner Schlag Das ist auch wirklich alles, was man dazu sagen kann Es war ein wirklich schöner Schlag Und dadurch hat er Quasi alles das gehabt, was man braucht Aber er ist halt nicht ganz reingegangen Und er kommt zu kurz Der kommt zu kurz Aber gut So, aber wir können jetzt hier erstmal nochmal Auf einen Birdie gehen Sollte nicht allzu schwer sein, glaube ich Ganz gut reingehen Fung haben wir auch gut erwischt Klack Sehr schön, so Dann haben wir zumindest das erstmal geschafft, dass wir wieder mit dem 9 sind Und sozusagen Den ersten Platz mit Patrick Reed und Webb Simpson uns wieder teilen Der am gleichen Loch unterwegs ist, wie ich Der hat noch nicht unbedingt seine Stärke gefunden von gestern Und hat noch nicht allzu viel geschafft So, wir sind am sechsten Loch und hauen den Ball jetzt einfach mal da runter und haben einen wunderschönen geraden Schlag gemacht So, wobei den Schwung holen als auch beim Treffen und nach vorne schieben Also Das war wirklich sehr, sehr gut Sehr schöner Schlag So, und jetzt haben wir 150 Yards Normal Schlag Wir haben ein bisschen Gegenwind Geht immer noch ein bisschen nach da rüber Oh, den verreiß ich jetzt selber noch nach links Das ist natürlich gar nicht so gut Aber gut Ah ja, da hätten wir ein bisschen mehr Da hätten wir einen Schläger weitergeben können Na gut, okay Also heute strugglen wir Also ich struggle immer noch ein bisschen, ne? Mit dem Schläger noch so Gar nicht mehr so gut Geht ganz schön, ne? Gucken mal Gucken mal, ob das was wird jetzt hier Ach so, na, ist noch ein bisschen Hier ist noch ein bisschen So ungefähr, ja, doch würde ich sagen Denn war das jetzt zu wenig Energie Der wird ganz kurz davor liegen bleiben Ah Oh, just missed that one Oh, not much to sweat there Enden wir mit einem Paar in dieser Runde Und in dieser Folge Ich hoffe, euch hat's gefallen Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen Und so ein Abo Ich würde mich riesig drüber freuen Wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen Und wir spielen in der nächsten Folge Die letzten zwölf Löcher dieses Turniers Und hoffentlich schaffen wir es dann auch Bis nach An den Sieg Also momentan sind wir Nicht so weit vor Wie wir es sonst sind Also da muss ich sagen Entweder bin ich zu mutig Oder spiele zu schlecht Aber Eins von dreien wird es sein Und Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal Bis denn Tschüss Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal